Okay, heute fangen wir da an, wo wir letzte Woche dann tatsächlich auch aufgehört haben, nach dem Nebenwand Kühn in Schabkühn-Faxa. Also wir starten in der Position, wo wir letzte Woche aufgehört haben, das war Teil 7 dieser Serie, mit rechten Knie und linken Faust. Da kommen wir alle bitte mal runter. Die rechte Hand ist Fußsaug. Wir gucken jetzt über die rechte Schulter auf, machen den Faxa, weil wir uns vorstellen, dass hier einer so runter wächst. Faxa und dann klemmen wir den Arm hier ein, wie wir letztes Mal gesprochen haben und jetzt rechte Fuß und linke Hand gleichzeitig Chang-Yen-Jeng mit dem Jing-Yang und die Chang-Yen-Jeng-Hand, die fängt an zu boxen. Fünf Mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt gucken wir jetzt über die linke Schulter, da stehen wir uns vor, da kommt jetzt der nächste Angriff. Und darum gehen wir hier in Haut schon mal mit Faxa. Jawohl. Rechte Fuß hinten mit rechter Hand. Okay, für alle die, die letzte Woche nicht dabei waren, hier nochmal. Wir gehen nochmal runter. Rechte Knie, linke Faust. Wir hatten ja hier, hatten wir geboxt, ne? Also rechts macht Faxa, die Fußhand geht mit hoch zum Schutz. Wir stehen auf, klicken den Arm ein, kicken und schlagen gleichzeitig. Dann boxen wir mit links beginnend. Fünf Mal. Danach gucken wir über die linke Schulter. Haut schon mal mit Paxa. Und uns vorbecken und den Paxa blocken. Okay. Jetzt kommt die neue Sequenz. Ich mach einmal vor. Wir stellen uns vor, dass der nächste Angriff kommt. Also letztens hier geschlagen, ne? Und dann, zack, kommt der nächste Angriff. Und dann weichen wir aus mit Jumpsup. Ich mach das mal in die Kamera. Wir weichen aus mit Jumpsup. Ihr seht ja, wo mein Kopf jetzt ist. Ich stelle vor, da kommt der zweite Angriff. Ich weiche aus und die vordere Hand macht Jumpsup. Der Arm zeigt jetzt hier. Ich stelle mir vor, dass ich den angreife. Ich ziehe, halte die Schulter, mach wie ein Chung und Hakel. Leudoy Gakuin. Die Wurzel aus Paxa. Danach, ich habe den Arm, der Arm ist hier, ne? Ich ziehe die Schulter. Jetzt nehme ich den Arm Ellenbogen, mach ich Platz und mein eigener Rechte Ellenbogen schlägt von unten nach oben unter seinem Kinn. Der Arm ist hier. Ich zirkel, Hand auf seine Schulter. Jetzt seinen Arm hier. Die zweite Hand zur Hilfe. Schnie Stoß zum Körper. Dann will ich mal. Ich mache, Toma Zhang. Laisau, Toma Kauda Loidoigaku. Toma Hunda Hei Zhang. Lausau, Taisat. Moin Jingyuk. Selpeng Ma Chang Zhang. Choma Pai Zhang. Okay? Jetzt alles zusammen. Vorn hier. Linke Fuß, rechte Hand. Wir gehen mit dem linken Fuß ein bisschen nach links und ausweichen mit Jamsa. Torma Jamsa. Bestellungswort, die rechte Hand geht über seinen Arm und die linke Hand geht unter seinen Arm. Ungefähr so würde ich das vorstellen. Sieht man das gut in der Kamera? Ja. Einer von unten, eine von oben. Warum eine unten, eine oben? Wenn ich beide von oben festhalte, der kann nach unten leicht abrutschen oder abhauen. Wenn beide Hände unten sind, können wir leicht nach oben abhauen. Aber wenn eine unten und einer oben ist, kann er nicht mehr abhauen. Okay? Deswegen Leister. Zeig mal diese Perspektive. Von da aus ziehen wir ihn, damit er diesen Effekt hat hier. Wir ziehen, halten an der Schulter, weil letzte Woche Samstag dabei war, Kao-Sau. Und schlagen hiermit zum Gesicht. Hier ist die Schulter, hier ist das Gesicht in der Form. Machen wir das, um zu simulieren, dass wir sein Gericht schlagen. Okay? Also. Alle noch mal zusammen. Macht ihr jetzt eure Kamera. Also. Toma Jam-Sau. Lai-Sau. Toma Loi-Doi-Ga-Kyu. Toma Hunda He-Jang. Lao-Sau Tai-Sat. Mo- action. Mo- straighten, Jae-sat. Mo- yell. Se- Ah Processing. S- centr- Weгляд. Er antworten, Weges- Luca Sumer. Are Fact Card. Toma Leudeu Gakü, Toma Hüda He Zhang, Laosau Tai Sat, Mo Ying Jing Ye, Se Peng Ma Chang Zhang, Choma Pai Zhang. Ihr könnt euch vorstellen, meine Hand ist ja auf seiner rechten Schulter, die Hand unterstützt, ziehe ihn runter für den Kniestoß, für den Kinn zum Standbein. Die Hand bleibt da und in Wirklichkeit schlage ich auf seinen Rücken. Zu simulieren, wer ist der Rücken, schlagt recht in die Handfläche um und schlagt in meine Hand rein. Danach ist dein Arm hier, in dieser Präsentation ist er jetzt im Augenblick. Dann greibe ich das Handgelenk, die Hand auf seiner Schulter, greibe ich sein Handgelenk und ziehe einmal rum, damit ihr hier so einen Abflug macht. Das ist dann wie in der Form dieses Pai Zhang. Okay, beide Sätze zusammen, wir gehen also hier runter, das war die letzte Bewegung aus dem letzten Satz. Jetzt kommt, über die rechte Schulter schauen, Fakster. Aufstehen. Jetzt kommt, über die rechte Schulter schauen, Fakster. Jetzt kommt der neue Satz. Toma Zhang Zhang. Lai Zhang. Toma Leude Yaku. Toma Huna Pai Zhang. Sorry, Huna He Zhang. Aufstehen. Lao Zhang. Tai Zhang. Muying Jingyi. Xiong Ma Chang Zhang. Tsiong Ma Pai Zhang. Jawohl. Okay, noch einmal. Und hier. Ich fange mal ein bisschen weiter hinten an, weil ich merke, dass es ziemlich nah an die Kamera ankommt. Damit meine Füße am Ende noch zu sehen sind. Ihr seht, wir trainieren unter gleichen Bedingungen, hier zu Hause und nicht hier. Alter. Hier war der letzte Chucky. Fakster. Wu Da Chang Dei Jing. Kap Yai Sat. Xiong Ma Lin Muan Kün. 1, 2, 3, 4, 5. Au Chok Ma Pai Zhang. Toma Zhang Zhang. Lai Zhang. Toma Leude Yaku. Toma Huna He Zhang. Lao Zhao Tai Sat. Mo Ying Jingyi. Xiong Ma Chang Zhang. Xiong Ma Pai Zhang. Jawohl. Okay, jetzt die ganze Form bis hierhin. Das war jetzt Satz Nummer 8. Kommand in Ciao. Vorsicht. fuego queens, 츄 polynom, Leaving Phoen. Sie shakingrul das Vor purpose. Hier packenblangi. Es geht aus. Jauh aus. Vieraől�. Logos zu. PotIGH多少 aus. Es geht auch auf sie. ZDAT KAU SAU FAN SAU ZDAT BAI ZUNG WANG YÖK LAO SA TZO WANG YÖK SHOMMA BAI ZUNG CHOMMA FAK SAU BYUJI SAU BYUJI SAU CHOMMA WUTA ZAM SAU CHOMMA WUTA ZAM SU TANG YÖK PAK SAU SHOMMA PAK SAU PAK SAU KAU SAU FAN SAU ZDAT KAU SAU FAN SAU ZDAT BAI ZUNG WANG YÖK LAO SA TZO WANG YÖK ZDAT Pangeg-sau, Tai-sat, Se-peng-ma, Chang-jang, Po-pai, Mit-lix, Hau-jin-hier, Siong-ma, Bai-zong, Siong-ma, Bai-zong, Siong-ma, Guai-zong, Kwa-kwa-kwa, Sop, Tai-ma, Bai-zong, Tai-ma, Bai-zong, Tai-ma, Bai-zong, Tai-ma, Pak-da, Lap-fan, Tai-ma, Pak-da, Chang-je, Lap-fan, Lau-bo, Siong-lan-sau, Se-peng-ma, Po-pai, Jong-sau, Salken, Gang-je, Hau-chang-je, Ching-gam-sau, Lan-sau, Fan-sau, Lan-sau, Jang-sau, Tan-sau, Jat-sau, Biu-sau, Jat-sau, Siong-kün, Siong-kün, Hang-sau, Ding-sau, Salken, Tai-ma-bong-sau, Toma-la-da-sau-kün, Buda-chang-je, Sip-ma, Halu-jin-je, Lin-wan-sau-kün. Jetzt kommt der neue Teil, also von letzter Woche und heute. Fak-sau, Buda-chang-je, Sip-kab-je, Sip-kün, Lin-wan-kün, Hau-chung-ma, Pak-sau, Toma-chang-sau, Lai-sau, Toma-la-de-gak-kün, Toma-hün-da-he-jang, Lau-sau, Tai-sat, Mo-jing-jin-je, Sip-keng-ma, Chang-jang, Chow-ma, Pak-jang. Jawohl, gut. Einmal wirftigen, ein bisschen auslöckern, dann das Ganze nochmal. Jawohl, schön zu sehen, dass ihr zu Hause viel Platz habt. Okay, so, hier wollen wir starten. Hier ist einmal, hier sage mit verschiedenen Stunden. Abonnie in Auslöckern. Und unter dem Leben, kurz warp Word. Benut, also können sie Chief von nichtться護. Da-Jong. Da-Jong. Wang-Yi. La-Sah-Zo. Wang-Yi. Si-Ma-Baik-Jong. C-Ma-Fa-K-Saw. By-Yi-Ji-Saw. By-Yi-Ji-Saw. C-Ma-Boo-Tah-Gang-Saw. Tang-Yi-Pa-K-Saw. Schöng-Mau-Fak-Sau, Pak-Sau, Kau-Sau, Fan-Sau, Zadda, Kau-Sau, Fan-Sau, Zadda, Bai-Jong, Wang-Yuk, Loussa-Zo, Wang-Yuk, Schöng-Mau-Bai-Jong, Chöng-Mau-Fak-Sau, Biu-Gi-Sau, Biu-Gi-Sau, Chöng-Mau-Vu-Dar-Jong-Sau, Ngô-Sing-Wai-Siong-U-Sau, Siong-Jong-Sau, Dai-Sat, Ngô-Sing-Wai-Song-Pai-Jong, Fan-Sau, Pang-Geng-Sau, Dai-Sat, Chöng-Mau-Fak-Sau, Siong-Mau-Fak-Sau, Biu-Gi-Sau, Siong-Mau-Bai-Jong, Schöng-Mau-Bai-Jong, Schöng-Mau-Wai-Jong, Biu-Gi-Sau, Siong-Mau-Bi-Gi-Sau, Khwak-Sau,ographer-Sau, Toima Toima Toma Pakta La Pfan Toma Pakta Changche La Pfan Lauro Sioblaza Sehenma Po Pai Zongse Sok Gamze Hao Changze Chinnamse Lanse Fanse Lanse Xiongjamse Xiongtanse Xiongloijajse Xiongbiuse Xiongloijajse Xiongkün 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 Hangse Dikse Seokkün Toima Bongse Toma Landa Chowkün Vuda Changze Sipma Xiongkün Xiongkün Vuda Changze Vuda Changze Kapyai Satt Linhwan Kün Hau Chumma Pakta Toma Changze Toma Changze Lai Sous Toma Lai Dui Gakku Toma Hunda Hayjang Lau Sous Tai Satt Mo Ying Jingyuk Seepima Changze Nächste Woche geht es weiter mit Toma Gangze Toma Gangze Tanza Toma Tanda Fanzo Das sind die nächsten Bewegungen Okay, einmal können wir noch wiederholen Lass mal schauen Ja, einmal schauen wir noch Und dann kommt der Portrait So Zag ihr breit Hoisi Gamsal Gamsal Hün Jingyuk Siongma Bai Jung Tangyuk Paksa Siongma Paksa Paksa Kau Sous Fan Sous Jadda Kau Sous Fan Sous Jadda Bai Jung Wang Yung Lassatsu Wang Yung Siongma Paksa Choma Paksa Kau Sous Biu Jis Biu Jis Biu Jis Choma Jun Da Changse Er Dane Kau Giu Junior Paksa Siongma Paksa Paksa Kau So Fan Sous Jadda Kau Sous Fan Sous Jadda Ich sage das, bei Zong, wang yuk, lau sa zu wang yuk, seong ma bei Zong, chong ma fang sao, biu ji sao, biu ji sao, chong ma mu da zong sao, moi sing wai zong wu sao, zong jang sao tai sao, moi sing wai song pa jang, fan sao, pan ning sao tai sao, seping ma chong zong, pu pai, au jing yuk, seong ma bei Zong, chong ma bei Zong, chong ma wai zong, biu ji sao, seong ma biu ji sao, quak sao, sao, toi ma bei Zong, toi ma bei Zong, toi ma bei Zong, toi ma pak da, la fang, toi ma pak da chong jang, la fang, lao vu, siong la sao, seping ma, po pai, Zong sao, sao keong, gaom jang, lau ji wun, hao chang jang, chingam sao, lan sao, fan sao, lan sao, jam sao, tan sao, jang sao, biu sao, jang sao, siong sao, siong sao, siong sao, han sao, ding sao, sao keong, toi ma bong sao, toi ma, lan sao keong, bu dao chang jang, si ma, hao jang, ching jang, lingwaan sao, faak sao, bu dao chang jang, jang, tab ya sao, linwa ku, hao chang ma, paak sao, Toma Jamsa Laiso Toma Leidegakü Toma Huna Heijang Lau-seu Taishat Mo-Ying-Zing-Yek Se-Ping-Ma-Chang-Zang Tsonga Paijang Jawoll! Das war's! Jawoll! So! Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, heute üb fleißig. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Teil 9 in dieser Serie. Und Ming! Tschüss zusammen! Sprech 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 Sprech